Was macht Führungsstärke eigentlich aus? Sie müssten Wissenschaft und Künste fördern, denn nur dadurch bereitet man grenzenlose Folgen vor. Ja, was ist Persönlichkeit? Wir glauben im Alltag ein Verständnis von der Persönlichkeit zu haben, aber das hat mit der wissenschaftlichen Definition von Persönlichkeit doch recht wenig zu tun. Wir beide möchten Ihnen zeigen, wie man unterschiedliche Nährmedien erstellt. Bis zum nächsten Mal.